Servus und Willkommen zu einem neuen Video. Servus und Willkommen zu einem neuen Video. Okay, ich habe es installiert. Ich werde jetzt nicht der Burner sein. Ich habe es gerade schon gespielt. Deswegen bin ich auch mit mit dem Spiel. Und ich möchte es jetzt einfach mal aufnehmen. 8 Uhr. Da ist ja zocken am Abend. Einige Kinder spielen bestimmt. Das Spiel ist ja eigentlich bekannt. Juhu, Level 1 komplett. Es ist mir noch schon frei geworden. So, dann so. Okay, und bin tot. Oder bin ich tot? Nein. Nein, nein. Ich bin nicht tot, aber der Game Over. Boah. Nö. Ich habe keinen Bock. Ich will nicht, dass meine Freunde oder meine Fans... Falls ich Fans habe. Ich bin ja auch immer noch neu. Ich will nicht, dass ihr so eine Scheiße ansehen müsst. Sorry für das schlimme Wort, aber... Du, 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 du. Nee, bitte nicht, bitte. Okay, ich hätte nicht brenzen dürfen. Äh, was sagst du? Nix. Starten. Du, 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 du Also, da. So, hier. Und dann da. Okay, ich hätte das Sprint nehmen müssen. Nein, Emilia. Du bist so blöd. Emilia wie er. Nein, 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 nein. So blöd muss man nicht sein. Fuck. Hä? So, zurück und dann. Juhu. Ha, 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 ha. Guck mal, die Meta laufen ab, obwohl ich gar nichts mache. Okay. So, ich glaube, das war kein Hintergrund, aber ich habe was gehört. Deswegen, wenn ihr Interesse in der Aufnahme auch hört, dann tut es mir echt leid. Und ich habe mir extra, ich habe mir extra einen Leisenort gesucht, die Küche, weil im Moment keiner drin ist. Und ich hatte einfach mal Bock. Vier Prozent habe ich jetzt nicht mehr, ist gerade vor sechs Minuten. Einmal ist Video gekommen, das auf jeden Fall auch mal anschauen. Ich bin natürlich viel zu viel da, wenn ich will spielen. Ja, das will Emilio. Das will er. Das will Emilio sowas von. Okay, Emilio. Okay, ich kaufe jetzt was Neues. Okay, ich schaue, ich schaue was Neues. Ah. Ja. Was muss ich mir kaufen? Ah, wie wirst du mit meinen Rädern aufhusten? Hier kommt's. Oh. Wie? Oh, wie so lange ist eigentlich das hier schon zu spielen. Oder? Kann ich algorithmisch machen? Ha! Ah. Ok Emilio Emilio Du schaust das Emilio Mulio Links Da Da A K Il Ver Trade Aber schon. Okay, fest. Ich mache noch ein Selfie. Ja, die fotografieren. Ich habe mir zu helfen. Ja, die fotografieren. Ja, die fotografieren. Ich habe mir zu helfen. Yooo. Jo, okay. Jo, okay. Ja, den du schon schaffst. Den du schon schaffst. Emilio, du schaffst. Fack, 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 fack. Renn, 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 renn. Ich meine, fahr, 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 fahr. Okay, ich war einfach durch, ist mir alles egal, ist mir alles egal, es sei denn, ich geb um, weil ich ein Herz anfangs krieg. Noch einmal schaff ich, noch einmal schaff ich, noch einmal schaff ich. Ja, warte auf. So, jetzt, mal schnell. So, jetzt, wenn ich sterbe, ist mir auch egal, ist der Aufnahme zu Ende. Oh, ich war jetzt an irgendeinem Vollgas durch, ist mir alles egal, ich mach einfach nur meinen Schabu, Jaga, Schabu, ich glaube ich sterbe, nein, Glück gehabt. Mann, na, fuck, fuck. Muss das sein? Oh, mein Rekord. Wollt ich einfach nur durchfahre und ab und zu mal Bremse? Kommt? Okay. Ciao. Wenn du uns das Video gefallen hast, dann lasst ganz viele Like und Abos da und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Bis dahin. Ciao. Weather? Weather? No. Genau.